Cooking TV wird Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frischkaufleuten. Ich heiße Sabine Herzog und bin Nah- und Frischkauffrau aus Grumau am Kamp. Ich koche heute eine Berlachsuppe mit gerösteten Croutons. Als erstes röstet man eine Zwiebel an. Danach kommen die Kartoffeln dazu. Dann gießt man mit Wasser auf. Dann kommt ein Suppenwürfel, Salz, Pfeffer und das lasst man dann ein bisschen kochen. Und etwas später gibt man dann den Berlach dazu. Und wenn das gut durchgedünstet ist, dann kann man es mit einem Miksstafen rühren. Und zum Verfeinern kommt noch ein Obers dazu. Anrichten tue ich es mit Obers. Dann kommt noch ein geschnittener Berlach drauf. Und die Croutons. Beim Nachkochen wünsche ich euch gutes Gelingen. Cooking TV wurde Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frischkauffleuten.